Moin, mein Name ist Katharina Bestmann, ich bin Key Account Managerin bei Mars Seats und ich stehe heute in unserer wunderschönen Demo am Standort Langstedt in Schleswig-Holstein. Als erstes möchte ich Ihnen den Mars 08F vorstellen mit Silo 180, ein wirklich früher Silo-Mais, geeignet für alle Standorte und ein Allrounder und vor allem auch ein qualitativ hochwertiger Silo-Mais erkennbar an unserem Green Plus Label. Für Silo-Mais ist das optimale Erntezeitfenster ganz besonders entscheidend, denn so sichern wir Ertrag und Qualität des Grundfutters. Unsere Green Plus Sorten vereinen vor allem drei große Vorteile. Zum Ersten bleiben sie im optimalen Erntezeitfenster von 31% TS und 36% TS länger grün, durch ein ausgeprägtes Stay-Green-Verhalten der Pflanze, durch eine sehr gute Trockenheitstoleranz und durch eine hervorragende Blattgesundheit. Zweiter Vorteil der Green Plus Sorten ist, dass wir auch zu späten Zeitpunkten noch einen hohen Anteil von löslichem Zucker in der Pflanze haben und so einfach ermöglichen, dass wir eine schnelle pH-Wertabsenkung im Silo haben und so eine gute Konservierung der Mais-Silage. Der dritte Punkt ist, dass wir die Stärke langsam einlagern in diesen Sorten und dass so die Verdaulichkeit für die Kühe sehr viel höher ist, dass wir also eine höhe Verdaubarkeit der Stärke einfach haben. Der Maas 08f ist also ein Allrounder für späte Saattermine oder auch für Flächen, die früh räumen sollen. Und weitere Beispiele für unsere Green Plus Sorten hier am Standort wären zum Beispiel der Maas 10a, ein Silo 210 und dann eben ein etwas späterer, qualitativ hochwertiger Silo Mais mit herausragenden Stärke gehalten. Weitere Sorten finden Sie außerdem in unserem Katalog oder auf www.maas-siez.de.